Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Raft. So, ich bin jetzt hier auf meiner Brücke. Ich gucke mich mir hier gerade mal so, ne, die schöne Welt an. So, ich habe mal ganz kurz gestoppt. Ich werde aber jetzt mal ein bisschen weiterfahren. Heute geht es darum, noch mal ein bisschen zu bauen auf jeden Fall. Und ich möchte vielleicht mal versuchen, ein bisschen meine Brücke ein bisschen schöner zu gestalten. Auf jeden Fall. Mal gucken, was ich da schon so alles hergestellt habe. Okay, also. Na, ein Regal, glaube ich, gehört nicht wirklich dahin. Aber vielleicht können wir ja mal das mitnehmen und das mitnehmen. Oh, wartet mal. Ich habe eine neue vorgescheucht. Die wollte ich auch noch mal aufbauen. So, dann. Dann, 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 dann. Hier ist nichts weiter drin, was ich da haben würde wollen. Mal gucken. Vielleicht nehme ich noch mal so einen Tisch mit. Wir müssen mal das ausprobieren, wie es aussieht, ne? So. Hier haben wir ein paar Bilder. Ja, könnten wir eventuell auch da hinhängen. Oh, hier habe ich noch Netze, Leute. Netze, Netze, Netze. Äh, das ist die Gästekiste. Okay. Alles klar. Drehe ich mich gerade? Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich drehe mich gerade. Guck mal! Schildkröten! Oh! Da, guck mal, wie schön! Ich freue mich immer, wenn ich sowas sehe. Okay, ähm, Brücke. Ich gucke mal kurz hier. Ich gehe mal kurz auf eins meiner Rettungsboote, um zu gucken, ob hier freie Sicht ist. Ha, okay. Weiter geht's. Wenn wir in einer Insel halten. Legen wir an. Okay, also, dann gucke ich mal. Nehmen wir mal die Sachen hier mal kurz runter. Du bist ein... Warte mal, du bist ein kleiner Tisch. Also... Ja, okay, okay. Du warst ein länglicher, ne? Also, so ein hoher. Okay. Ei, das... Ich glaube, das wird hier nicht einfach. Ich weiß nicht, wie eine Kapitänbrücke aussieht. Da kriege ich sowieso nichts hin. Wartet mal. Ich stelle es jetzt einfach mal hin, meine Lieben. Einfach nur, um zu gucken. Da ist jetzt irgendwie... Hier. Die Lampe im Weg, ne? Ich könnte die auch einmal versetzen. Mal so ihm. Vielleicht lasse ich hier die Lücke erst mal. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber so ein paar Schränke wären, glaube ich, nicht schlecht, oder? Äh, nicht schlecht. Was war das jetzt für ein Deutsch, bitte? Ähm. Da sitzen die Schränke. Oh, wartet mal. Auf jeden Fall will ich eine Weltkugel haben. Wie schön. Die ist ja wirklich wunderschön. Die gehört hier nämlich auch irgendwie hin. So, wartet. Ich werde die mal drehen. Oh ja. Sowas gehört hier hin, finde ich. Kann man die auch benutzen? Ne, schade. Gut, 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 gut. Äh. Es ist schwierig. Was könnte man alles in einer Brücke haben? Hier sind Schränke auf jeden Fall. Ach, guck mal. Ich habe ja hier noch diese. Ich brauche noch mal einmal den da. Einmal den da und einmal den. Ach ja, du warst ja sowas. Du warst ja sowas. Äh. Schön falsch rumgebaut, Fanny. Absolut. Hast du super, super gut gemacht. Naja, so ein paar Möbelstücke sind ja nicht verkehrt, oder? Ja. Nee, du bist zu groß jetzt für den Schrank. Aber hier hätte ich auch... Nee, hier... Hm. Wartet. Gerade eine Idee. So, einmal drehen natürlich. Ja, wobei, den kann man nicht so gucken dann, ne? Wenn ich jetzt da so den Schrank habe, dann rennt man ja eigentlich immer gegen. Du bist nur eine kleine Insel, dich brauche ich nicht. Ja, ich glaube, ich brauche den doch wieder hier hin. Oder wartet mal, ich kann ihn ja auch vielleicht hier so hin datschen. Dann kann ich den Großen hier nochmal hin machen. Ja, gut, jetzt ist die Lampe wieder im Weg. Ein Momento. Machen wir mal ganz kurz ab. Hm. Ja, ich kann's ja erstmal so lassen. Ja. Ja. Dann kann man auch so Kleinigkeiten reinpacken, ne? Das ist doch gar nicht so verkehrt. Wartet mal, ich hab doch hier noch einen Tisch. Den ich aber jetzt nicht weiß, wo ich den hin tun soll. Wartet mal, ich kann jetzt ja auch mal ein bisschen schräg machen vielleicht. Muss ja nicht immer alles gerade sein. Ja. Okay, immer noch kleine Insel. Die ist auch nicht sonderlich groß. Okay. Okay. Ach so. Wartet mal, jetzt hab ich ja hier noch einen kleinen Tisch, ne? Das war doch hier so ein kleiner Tisch. Kann man sich da eigentlich raufsetzen? Kannst du dich mal hinbauen? Ne. Ne, kann man nicht. Kann man nicht. Aber ich denke, das sollte so reichen. Ach, okay. Alles klar. So, dann geh ich jetzt erstmal die Vogelscheuche noch aufbauen. Hi, Insel. Wisst ihr was? Ich glaub, ich werd Andi mal kurz anhalten. Um einfach mal noch nach Schätze zu suchen. Ich glaub, das wäre eine gute Idee. Aber erstmal, erstmal, meine Lieben, werden wir die Vogelscheuche aufbauen. Ich glaub, wir werden die Vogelscheuche noch aufbauen. Ah. So. Ich hab mir gedacht, die würde doch hier sehr gut hinpassen. Hier in die Ecke. Jetzt ist die Frage, wie rum? Ah ja, okay, man. Ich seh schon. Kann man die nicht schräg hinstellen? Ach, doch, kann man. Haha. Voll cool. Wow. Okay, warte ich mal, aber ich werde die Flaschen ein bisschen nach hinten stellen. Ohne Momento. Ähm. So geht gar nicht, oder was? Ja, so ist gut. So ist gut. Wow, nice. Nice. Doch, das gefällt mir. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm. So, jetzt hab ich ein Screenshot gemacht. Oh Gott, ich muss was trinken. Sehe ich gerade. So, dann füllen wir mal wieder auf. Genau. So, jetzt brauch ich auch noch was zu futtern. Ein bisschen was zu futtern. Dann nimm dir mal drei davon. Ja, klar. So. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, hole ich jetzt mal mein Suchgerät. Mein Sucher. Mein Sucher, mein Sucher. Das würde ich aber gerne mal wissen, wo ich den wieder hingepackt hab. Weil ich hab ja hier umgebaut, ne? Ach, da ist er doch. Sucher. Nehme ich mal die diese Schaufel und nochmal diese hier. Und dann packe ich nochmal den Tisch weg. Den brauchen wir jetzt, weiß Gott, nicht. Naja gut, mein Bauhammer auch gerade nicht. Aber ist ja nicht so schlimm. Axt habe ich dabei? Habe ich dabei. Habe ich sonst noch irgendwas? Oh, wartet mal, Vögel. So. Bruce sollten wir nochmal töten. Ich könnte mal wieder ein bisschen Bruce-Fleisch gebrauchen. Okay. So, dann gehe ich aber von unten rein. Guck mal, ich habe auch jetzt diese, ähm, diese neuen Raffirini, Raffir, Raffis installiert. Ne, die habe ich jetzt zwischengeschaltet, sozusagen. Die sind auch beide voll, hoffentlich. Ja. Oh. Der ist aber leer. Wartet mal. Und in diese Teile packe ich auch nur Eier rein. Ich muss unbedingt, äh, nochmal Bio-Sprit herstellen. Jetzt weiß ich aber allerdings gar nicht, ob ich, ähm, die irgendwo anders jetzt hingebaut habe. Oder ob die noch woanders stehen. Das kann ich jetzt echt nicht sagen. Hoppala. Komm mal bitte da runter. So. Äh. Was wollte ich jetzt eigentlich noch machen? Ach, genau. Ich bring mal ganz kurz das Holz noch weg. Guck mal, ich habe hier erst mal Zwischenschränke gestellt, weil ich fleißig hier Holz gesammelt habe. Okay, auf welcher Seite war jetzt die Insel? Die war auf der anderen Seite, ne? Ähm. Da ist sie. Gut. So, Bruce. Wollen wir? Oh. Oh, hier ist, äh, die Insel. Alles klar mit diesen... Ich weiß immer nicht, wo mein Bruisy-Boy ist. Irgendwie mag der mich nicht mehr. Der ist nicht mehr da. Guck mal. Ich habe keinen Bruisy-Boy. Hm. Mal gucken, wo der rumgurkt. Der taucht bestimmt nochmal auf. So, ich nehme mal wieder ein paar Blue mit. Äh, der Sucher. Oh. Nee. Aha, hier. Sehr schön. Dann gra... Oh, ein Koffer sogar. Ja, einmal Titan ist auf jeden Fall dabei. Oha. Oh nein, jetzt bin ich runtergefeilt. Jetzt bin ich einfach runtergefeilt. Da ist noch eine gelbe Blume. Die nehmen wir natürlich gleich mit. So. Melone natürlich mitnehmen. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Seht ihr das? Ich habe sogar jetzt den vierten Schornstein. Ja, die liebe Daki, die hat mir ein bisschen geholfen. Und, ähm, es neigt sich hier langsam hoffentlich dem Ende, was die Größe meines Schiffes betrifft. Na, es geht natürlich jetzt noch ein bisschen weiter nach hinten, aber der vierte Schornstein ist schon mal da. Sieht doch cool aus, oder? Wow. So, ich will einmal nochmal fällen hier. Okay. So, tauchen werde ich aber jetzt nicht. Weil irgendwie Ressourcen brauche ich jetzt diesbezüglich nicht. So, jetzt wollte ich mal gucken. Drei weiße, drei rote, drei blaue, drei schwarze, drei gelbe. Okay, wunderbar. Ich habe alles. Achso, kann ich hier noch was finden? Ne, ne? Gibt es hier keine Anlassleute? Mal so nebenbei gefragt? Ne, aber ich glaube, den Schatz gibt es jetzt hier nicht weiter. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, ab ins Wasser. Ich gucke nur mal, ob ich noch hier so eine Silbereing finde auf die Schnelle. Ja, Schrott und so lasse ich natürlich erstmal alles liegen, ne? Ich habe gar keinen Haken bei ich, Idiot. Alles klar. Oh, Mann. Bruce, sag mal, wo bist du denn? Jetzt wollte ich dich mal töten. Cool, dass man auch Musik unter Wasser hört. Okay, pass mal auf. Ich werde jetzt mal einen Haken holen. und die anderen Sachen schon mal weg machen. Genau, das ist doch schon mal ein Plan, würde ich sagen. Ist meine zweite Schaufel jetzt? Ne, doch nicht. Da ist sie. Ja, komm, mach die mal hier hin. Blaue Blumen, rote Blumen. So, Samen müsste ich ja noch haben, ne? Ja. So, hier kommen die schwarzen und die gelben. Schwarze Samen, ja. Gelbe Samen kann ich also auch vernichten. Hier sind die weißen Blumen. Fein, fein. So, oi. Bolzen. Glas. Scharnier habe ich nicht gefunden, ne? Nee. Aber Titan. Titan, Titan. So. Der Rest kann eigentlich so ziemlich... Ich mache jetzt mal die Federn hier mit rein. Äh... Achso, ja, den Haken gleich mitnehmen. Nicht, dass ich den wieder vergesse, ne? So. Einmal rein da. Ach, ich muss noch mal... Äh, Opala. Ich muss noch mal in die Küche, weil ich habe so viel Zeugs in meinem Inventar drin. Aber ist ja kein Problem. Das kriegen wir hin. Dann gehen wir halt im Dunkeln tauchen. Was soll's? Obwohl, ich kann ja... Ah. Hier fällt gerade ein... Ich hätte ja auch, ähm... Na, wie heißt das? Eine Kopflampe mir nehmen können. So. Wo ist Fleisch? Kommt hier rein. Die Blätter werde ich jetzt erst mal verwursten. Ach, jetzt hatte ich noch Holz drin, ne? So, Samen. Ne, die habe ich nicht. Na. Die hatte ich und dann noch einmal die Palmen hier. Ach, jetzt weiß ich, was ich noch verwursten wollte. Die hier. So. Okay. So, dann gehen wir mal hier hinten runter. Einfach. Oh Gott, ich muss hier noch so viel ausbauen. Kann ich hier rüberspringen? Ne, schade. So. So. Mal gucken. Vielleicht taucht der Bruce ja irgendwann auf. Ich hätte meine Taucherrüstung mitnehmen sollen, ha? Okay. Muscheln kann man auch wunderbar verwursten im Recycler. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Mal hatte ich vorhin nicht ein bisschen mehr. Ach ja, hier. Hier ist auch noch ein bisschen. Nehmen wir noch das alles mit hier, ne? Und wenn ich die Silberalge finden sollte, auch eine Silberalge. Ich wusste zu gern, wo Bruce eigentlich abgeblieben ist. Ich wusste zu gern, also eine Silberalge sehe ich nicht oder gibt es die nur an den großen Inseln? Ich weiß es jetzt schon wieder nicht. Ich spiele das Spiel noch nicht lang. Ach, ist das schön. Mal diese trockenen Witze, ha? Okay. Ah, das ist noch ein bisschen Kupfer. Nehmen wir auch noch mit. So, einmal nochmal hoch. So, vielleicht ist ja hier noch ein bisschen was. Auf jeden Fall Eisenerz. Wollen wir hier noch dieses Flabber mitnehmen? So, jetzt wollte ich schon sagen, fliege ich wieder zurück, aber das tue ich ja hier nicht. Ich schwimme ja hier nur. So. So, schnell wieder hoch. Ich fange sonst an zu ersaufen. Okay, aber ich sehe... Oh, da ist noch Kupfer. Ich sehe irgendwie keine Silberalge. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich nur auf großen Inseln zu finden ist. So. Ich glaube, hier dürfte jetzt nichts mehr sein weiter, oder? Schrott und so weiter erspare ich mir auf jeden Fall. Nee, es ist nichts da. Ist aber auch verdammt dunkel, ha? So, also wie gesagt, Bruce sehe ich heute nicht. Keine Ahnung. Der hat heute vielleicht keinen Bock auf mich. Huch, jetzt bin ich sogar auf mein Schiff geschwemmt worden. Das ist ja auch nicht verkehrter. so, dann nehme ich mal ein bisschen hier ein bisschen was auf. Dann packe ich mal das Holz gleich hier rein. Ach so, was ich euch noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob ihr die Funktion kennt. Und zwar, wenn ihr jetzt hier, wie ich, Holz drinne habt, oder egal was, ob das Plastik ist, Blätter oder Gemüch, keine Ahnung, spielt auch in dem Fall keine Rolle. Jedenfalls das, was hier in diesem Schrank drin ist, da müsst ihr einfach nur hier auf diesen linken Button drücken und dann wird all das Holz, weil ich habe jetzt nur Holz hier drin, all das Holz automatisch hier rein gemacht. Seht ihr? Jetzt ist alles aus meinem Inventar raus. So, wenn ich jetzt zum Beispiel noch, ich sage jetzt einfach mal, ich zeige euch das nur, ich demonstriere euch das. Jetzt mache ich noch mal Plastik rein, jetzt mache ich hier noch mal Datte rein und, nee, das lasse ich jetzt, so. Ja, ich glaube, das zur Demonstration reicht es eigentlich. So, jetzt mache ich hier natürlich einmal auf diesen, habe jetzt gedrückt, noch mal diesen linken, so, jetzt ist noch mein Plastik, was hier drin war, mit reingehuscht und wenn ich jetzt auf den rechten Button drücke, wird das Ganze hier in diesem Schrank sogar noch sortiert. Seht ihr? Voll cool, oder? Nur, falls ihr das noch nicht wusstet, also die Funktion ist echt cool, dann braucht ihr nicht immer mit der Shift-Taste immer hier jetzt einen auf diese machen, ne? Dann könnt ihr tatsächlich, wenn die Ressourcen in dem Schrank schon vorhanden sind, einfach nur auf den linken Button drücken und schon wird alles in, in euer, ähm, Schrank einsortiert. So, dann hat man jetzt auch noch ein kleines bisschen Lehrvideo. So, okay, meine Lieben, ich würde dann sagen, dass ich jetzt hier alles erstmal einräume und, ja, wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, hoffentlich. Dann muss ich, ähm, was muss ich denn? Genau, wir fallen jetzt erstmal los. Wisst ihr, wir fallen jetzt erstmal los. Ähm, ich werde dann bei einer nächsten großen Insel mal anhalten, würde ich sagen. denn ich brauche ja noch ein Dodo, ne, Pinky Dodo, zwei Stück, wenn es geht und noch, ähm, Lama, ne, den Gestreiften auf jeden Fall. Und, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit mir hier zusammen. Hallo. Oh nein, was ist denn jetzt los? Ähm, ja, das Spiel ist jetzt zu Ende, meine Lieben. das Spiel ist jetzt zu Ende, weil ich kann jetzt irgendwie hier nichts drücken gerade. Ach doch, wartet. Äh, Welt, ich kriege die Welt nicht gespeichert. Oh mein Gott. Irgendwas passiert hier. Okay, gut, das Spiel ist jetzt sowieso vorbei, also die Folge. Von daher, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Koch. ciao. dissipate... Ich kaufe ithes. Das ist ja es ist ja... Untertitelung des ZDF, 2020